Und jetzt, liebe Zuschauer, verpassen Sie nicht unser Superset. Doppelte Filteranzahl dabei, das heißt, Sie haben alles gleich in doppelter Ausführung, haben das komplette Set, unseren Buran, den Wirbelwind, der dafür sorgt, dass Sie stauballergen, pollmilbenfrei werden. Wir filtern über Wasser, das heißt, alles leicht und bequem zu entsorgen. Sie brauchen keine Staubbeutel mehr kaufen. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Familie gesund und munter in Ihrer Wohnung toben und spielen kann und vor allen Dingen, dass Sie auch gesund bleiben. Darauf kommt es uns an. Unser Buran-Set jetzt zum super Preis. Wasserfilterung unschlagbar, das Einzige, was für die Zukunft wirklich hilft. Alles Gute, viel Spaß damit und vor allen Dingen gesunde Neuigkeiten.